117, also Sieger im Finale-Preis-Finale, die Greifenrache. Das ist Greifenrache. Das ist der Fall aus Deutschland. Da noch mal schöne Bilder nach den Kasten hier. Sonderrückwunsch, das ist die Fall. Sonderrückwunsch, das ist die Fall. Sonderrückwunsch, das ist die Fall. Und die kommt zum 15. Versilio, nach 50. Platz 19, Abba-Holle, Klaas Schinzler. Wir kommen Marios Kreisheim. Wir gehen alle vor, die beifrechen. Die Money Greckens, was war los? Also wir machen dann weiter mit dem Marcel String. String mit Greckens. Also die Applaus für Schnellitz. Mitwärtung, mitwärtig Platz, und auch mitwärtig 10, Kuhlfighter 2, 10. Platz, Kuhlfighter 2, 2, Platz, 10. Kuhlfighter 2, Bdltı Królfighter 2 Królfighter 2 Also, oben ist es auf Platz 8. Herzlichen Glückwunsch. Im siebten Platz gelingt die Mannschaft, Agenoa. Das Sieg, Agenoa. Auf Platz 6, sieben Glückwunsch. Auf Platz 6, sieben Glückwunsch. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.